Sonntagabend hat es ja auch noch ein Kalb gegeben, ein Galloway Kalb, da war ich auch beschäftigt und so hat sich das hingezogen und dann habe ich gesagt, nein, ich spritze heute Abend, Sonntagabend nicht mehr. Und jetzt ist es gut heute, Montagmorgen, es ist warm und windstill, das ist wichtig. Krautbekämpfung in meinem Winterweizen, jawohl. Kriegst du hierhin, sagt dir, ich bin allein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kommt los. Ja, wie du, Freunde, ich hatte da Probleme. Ich hatte da einen ganzen Düsenstock, ist mir abgefallen. Und dann ist der hintere Balken, der drei Meter breite Teil, ist alles zu einer Düse rausgelaufen. Und ich weiss nicht, wie lange, bis ich es bemerkt habe. Es kann sein, dass ich da im Getreide jetzt ein Teil nicht gespritzt habe. Aber ich lasse das so sein und mache halt dann eine Korrektur, wenn man das Unkraut wachsen sieht. Ja, dort wo es wächst, muss ich halt nachher noch einmal spritzen. Es ist halt schlecht, schlecht einzusehen. Da hinter der Spritze der drei Meter breite Teil.